Das Guthange, idyllisch gelegen in der Gemeinde Settlage bei Freeren, ist seit rund einem Jahr die Heimat der Lebensgemeinschaft Fasenda da Esperanza. Die Patienten, die hier Rekuperanten genannt werden, kümmern sich um den Hof und die Tiere. Bewohner Benjamin umsorgt zum Beispiel jeden Tag die Schafe, Kaninchen und Schweife. Also ich bin elf Monate jetzt hier, also mir fehlen nicht mehr lang und dann bin ich fertig mit meinem Jahr. Und ich merke einfach, dass ich halt viel hier gelernt habe, Werkzeuge mit auf den Weg bekommen habe, um Werkzeuge halt draußen in der realen Welt, sag ich mal, wieder klar zu kommen halt. Ich merke selber, dass ich selbst noch nicht sehr belastbar bin, aber halt durch meine Spül- und Kaufsucht, die ich halt habe. Aber trotz allem, wenn ich halt nach diesem Jahr meine Erfahrungen halt draußen mache und wieder herkomme. Meine Haupttätigkeit ist die Tiere halt, dass die Schafe hüte, dass ich Schweine habe und die Kaninchen herzüchte. Ja, ich bin seit acht Monaten hier. Ich habe viel in der Bibel gelesen und viel studiert am Universität Münster. Und habe eine praktische Anwendung für mich gesiegt. Ja, was heißt Armut? Was heißt gelebte Armut für mich? Was heißt das für die anderen? Was heißt das in unserer Kultur? Was heißt Gehorsam, Ehelosigkeit, die evangelischen Räte? Und wie setzt man das praktisch um? Man kann viel in der Bibel lesen, man muss es auch irgendwann realisieren. Dieser Ort war wirklich tot und leer und mit viel Schrott drin. Und heute, nach dem Einjahr, wir gucken überall, viele Farben, wieder schön, wieder leben. Die Leute kommen hier mit einem Lächeln am Gesicht und sind wirklich froh. Die Arbeit auf dem alten Gut hört nicht auf, um den Hof der Hoffnung mit seinem Park auch weiterhin für Besucher attraktiv zu gestalten. Ja, das ist Franziskus Clausen. Seit dem letzten Jahr, wir haben repariert und wir haben eine schöne Figur von Franziskus. Wir haben bekommen von Klostertunnen, von Schwestern und steht im Keller, in dem Keller. Und zum Schluss, wir machen hier. Zur Zeit, unser Hofleiter ist hier. Ein großer Raum. Vor, früher war ein kleiner Raum, aber zu knapp. Und jetzt so groß und wir verkaufen viele, viele Produkte. Wir sind ganz stolz mit unserem Hofcafé. Wir bieten Kaffee und Kuchen immer gegen Spende. Ab 14 Uhr bis 17 Uhr am Sonntag, jeden Sonntag. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Gäste werden. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Gäste werden.